Herzlich Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Mario Kart 8 Deluxe mit Chibodarisch Kapuze, Kunda, Nils, Lick mit Chris, Play, Focke und Vex. Hallo. Quack, quack, servus. Hallo. Quack, quack. Keine Teams mehr. Gebt immer einen scheiß Discount. Nein, jetzt wäre das safe jetzt. Babypark allgemein, aber wenn er drankommt, bitte nur einmal pro Aufnahme. Babypark allgemein, aber wenn er drankommt, bitte nur einmal pro Aufnahme. Babypark allgemein, aber wenn er drankommt, bitte nur einmal pro Aufnahme. Babypark allgemein. Die Strecke ist einfach viel zu kurz. Boah, alter Chris. Viel zu Cancer. Nur um euch zu stressen. Käseland. Wobei, Käseland war okay, da bin ich erster gewonnen. Nicht Käseland. Ist gut. Nee, es kommt, also die, die Chris gewählt, ist noch schlimmer. Ja, da gibt es eine Kurve, die es meiner Meinung nach kommt. Die vom Wechsel ist vollkommen in Ordnung. Kannst du nicht schaffen. Ja, Rainbow Road war klasse. Du musst vom Gas gehen und bremsen. Nee, du musst vor allen Dingen drei Kurven vorher anfangen vom Gas zu gehen. Weil du es sonst nicht schaffen kannst. Wenn du eine gute Linie fährst. Welchen? Ich sechs. Wow. Dafür verlierst du. Vielleicht. Hast du bei welchem Team? Eigentlich. Es gibt keine Team. Es gibt alle. Ja, das ist ja süß. Ich wäre welcher Schwergewicht. Ja, deswegen. Dann müsste ich ziemlich schnell sein. Hey. Oh. Oh. Ja, da kommen ja die Roten. Oh Gott, wer ist denn da hinter mir runtergefallen? Hui. Und noch eine Rot. Nein, nein, Rot. Dankeschön. Hey, ich bin Dritter. Ja, nicht mehr Lage. Ja, das ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Und tötet dich jetzt. Nein, nein, Güte. Kommt schon, Leute. Ich wollte extra, nie ist vorbei. Scheiße. Okay, wechselt. Kriegst du wieder. Ist das eigentlich sinnvoll, auf 200 ZD-Münzen mitzunehmen? Klar, ja, immer. Und nochmal, ey, ihr seid so, ey, in der dritten Runde, jedes Mal. Ja, mach ich auch. Nein, oh Gott. Oh, ja. Mann, was? Ey, du solltest so einen Schutz haben. Alter, der Kapuze kommt ja mit der Rakete an, du bist direkt weiter in. In den Stern, alles krieg ich. Ich will direkt weiter in den Stern, ey. Alles krieg ich. Alles klar, ich wurde von drei Roten getroffen, Kunran, als ich hinter dir war, ne? Das habt ihr gut gemacht, Leute, macht weiter so. Nein! Ich wurde auch noch hier von zwei Roten getroffen, im Ziel. Also, das muss reichen. Oh, oh. Oh, ich kriege ein Cancer, gerade. Oh, ich bin mal dran vorbei, ey. Das Fotofinish würde ich gerne mal sehen, ey. Ich habe noch eine Rote in den Pils gehabt, deswegen richtig weg. Das ist schwarz gemacht. Es ist krass, wie sich das unterscheidet, wenn du im Punkt bist oder wenn du vorne bist. Brutal. Es ist schlimmer als in GTA. Ich bin immer wieder getroffen. Ja. Die Kumu-Weide. Hier, die so eine schöne Musik. Kumu-Weide hat ne gute Musik. Kunran, das sieht so geil aus. Ja, oder? Deswegen sollten wir das auch dabei belassen, dass ich die trage. Ich habe die, seit wir aufnehmen, noch nicht abgesetzt. Ist euch das klar? Rocco, was hast du denn da gewählt? Rocco reagiert nicht. Rocco. Brock? Brock hier. Oh ja. Da kann ich die Stelle auf dem Gras. Mal gucken, wann er merkt, dass er gemeint ist. Das wird nicht leicht. Das wird nicht passieren. Ich glaube auch nicht. Eigentlich gibt es keine Stelle, wo du über Gras fahren solltest. Nee, die Kuppenkombination am Ende, wo Gras ist, und das Wasser. Sieht so schön aus, ja. Wasserfälle. Ja, das ist furchtbar. Ich bin ja nie gefahren. Nach vorne an dem Wasserfall, den du jetzt siehst gerade aus, da fahren wir gleich lang. Das stimmt. Ja, das will ich jetzt gucken, dass ich sogar wünsche. Ich weiß. Nein, ich habe die WD bei Star verpasst. Das sind ja die Mindgames, ey. Ah, wow, ich wurde gefreut, er sehe ich es gerne. Die Musik ist so. Die ist auch okay. Oh, wer ist scheiße, ey. Das sehe ich jetzt schon. Oh, here we go. Windschatten. Ja, na toll, hau mich in die Bande, ey. Ja, na toll, hau mich in die Bande, ey. Nitz verliert bei mir Bananen, aber kann weiterfahren. Nitz verliert bei mir schon wieder Bananen, aber kann weiterfahren. Blocker, ich habe ein Geschenk für dich. Nein, der geht an mich. Alter, wie viele hast du denn? Ne, ne, die kamen nicht mehr von mir jetzt. Ich wurde halt überhoben mittlerweile. Was waren vier Stück? Nein. Oh, kaputt. Nein. Ich möchte einen maximalen Anfall an Roten auf der Strecke geben. Eine. Nein. Wir haben immer eine Items gestohlen. Ich war's. Oder wie waren die Leute im Folie? Ich habe keine Ahnung, wer vor mir fährt da. Oder wie manche Leute im Forum sagen, gar keine Woten mehr, nur noch Grünen. Auch ein Bumerang, was solchen Damen. Nummer 7. Ist ja echt nicht dein Ernst jetzt hier, ne? Doch, sogar sehr. Das Schlimme ist, du kannst dir halt alle abwehren scheinbar. Ja, weil du... Ach, da, du! Ich habe halt hier alles, was ich an Items so kriege, kann ich halt auch verwenden. Hallo. Höchst! Nummer 9? Und blau? Ja, ich bin so weit hin und sie nehme heute eigentlich mal darüber rum. Nummer 10? Ey, Alter! Warum hat die scheiß Rote nicht ein, ey? Hat sie... Och geil, danke für die Rote. Vigus 2, 3, ist auch okay. Nein, bleib davon, du hast die roten Aufklärung gemacht. Elf Rote, eine Blöde. Aber das ist halt echt das Problem, dass du als erster immer was zum Abwehren hast. Ich wurde von 6 getroffen, komm. Ja, aber wir doch auch alle hinten. Ja, richtig. Du hast halt hinten noch seltener was zum Abwehren, weil du es ja nach vorne schießen musst. Und als fucking neunter kriege ich einfach einen grünen, einen einzelnen roten. Das ist auch so gg. Deswegen, bist du einmal hinten, kommst du nicht mehr nach vorne, ganz einsatz. Ja, das ist richtig. Irgendwer hat einen roten Aufklärung geschossen. Die sollen wenigstens die Option wieder einbauen, dass es nur ein Item gibt. Das kannst du ja nicht, du musst ja mit zwei spielen. Die sollen jetzt 200 CCM-Option ausbauen. Nein. 200 CCM ist ja das Gute. Ja, 250 CC. Wir müssen es noch schneller machen. 300 CCM und nur noch Excitebike, ohne Rampen. Ja, 500 CC und Excitebike. Ja, das wäre mega krass. Und dann bist du 15 Runden gefahren. Ich finde die Bank teilweise viel zu eng auf. Ja, ich bin 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 teilweise viel zu eng auf. Das wäre es doch. Wird immer noch da schon überholen können, oder? Ego ist 18 Punkte. Ja, ich bin dritte. Mach mal hin, der da jetzt vorne. Ich dachte, einmal hinten kommt man nicht nach vorne, aber es glaubt mir ja keiner. Ich fahr nicht so scheiße, wie alle immer denken. Hat dir keiner. Du kannst einfach besser alleine fahren, weil deine Teammates sich abfacken. Blockartig, aber du machst es grad nicht besser. Hä? Ich hab gesagt, du kannst einfach besser alleine fahren, weil deine Teammates sich abfacken, aber das so leider nicht mehr zugehört. Es gibt noch keine Teammates. Hä? Wer hat dir ein Kompliment gemacht, Chilo? Ja, eigentlich. Ja, aber die hat's halt nicht verstanden, weil die Teammates sich im Team auch nicht abfacken können, weil du kannst dann die Teammate nicht abschießenst. Ach, die können ja schlecht sein, die Teammates. Ja, und das ist meinig. Ich als einzelner Spieler kriegst dadurch auch nicht weniger Punkte. Ach, Leute. Das ist frisch, ne? Ich hab einfach als Eis kommt. Chris, hast du grad nach hinten den Roten geschossen? Diese Roten sind aber auch so... Wow. Was macht der Geist noch mal? Laut ein Item von einem anderen. Ah ja, stimmt. Ich hab die Frage, glaub ich, vorhin schon gestellt. Ja. Ja. Ist gut. Ja, ich hab nach hinten geguckt und dich gesehen mit deiner... Ah, trifft mich die nächste Rote. Wer legt denn da ne Banane in? Könnte auch meine gewesen sein, aber ich... Nee, das müsste meine gewesen sein. Nee, das müsste meine gewesen sein. Okay. Ey, in der Sohn war der von Roten getroffen. Oder einfach Cooldown, wenn du einmal getroffen wurdest. Das wär... Ja, das wär gut. Dass du dann durchsichtig bist für ne Zeit. Nee. Chrisys Filter geht ein Stern, ich glaub ich schon. Ha! Er überholt mich in der letzten Runde. Nee. Und ich werd dann hundertmal geschlossen. In den Pulk verbannt. Und dann geht's auch noch ein schönes Blitz. Aber jetzt mit nem guten Item kriegst du mich jetzt. Ja, ne. Wurde ja Platten fahren. Ah, nee. Und bin jetzt Achter. Hör doch auf, ey. Ja, das war leider die Tröte. Ja, die Tröte war's. Danach war ich weg. Bestes Item. Schieß Liquid. Nein. Dann können wir doch einen holen. Einfach, Ari. Gib mir den Stern, du Drecks, Game. Was? Komm, komm, komm. Oh, der hat einen Pilz, ey. Jawohl. Jawohl. Ich hab, glaub ich, Christen noch, oder? Nein! Komm schon! Nein! Oh, fuck it! Was? Ja, alles klar. Alles klar. So schlecht. Oh, ey. Einmal und dann nie wieder, ey. Und dann nie wieder. Na! Oh, Gott. War für mich die letzte Runde hier, Mario. Heute ist richtig für den Arsch. Na, das ist geil. Das kämpft mich nie wieder. Wir haben jetzt halt auch alle trainiert hier. Die bewegen nur zu langsam auf das Salzen, Jo, was ich auch. Du hast das gerade nicht. Extra günstig. Ich verkauf sie für 200. Ich hab in der letzten Sekunde den Stern und eine Rakete bekommen und hab dadurch einfach blatt gemacht. Ich hab dadurch auch drei rote reingedrückt. Und von der Strecke, die Vex gewählt hat, weiß ich nicht, ob sie kennst du das oder nicht. Na, deswegen komm ich da gar nicht nach vorne. Ist halt anders. Stimmt. Wir haben noch ein paar gar nicht gespielt. Wir haben alle gespielt. Die beiden spielen wir nicht gespielt. Ist gut. Ach, aber nicht. Das war leider noch viel Horst. Das ist Jochen-Level ist für'n Arsch. Wir hatten das. Das Level ist cool. Du hörst dich aber so an. Ja, ich war nur. Wir hatten eine völlig harmlose Strecke und jeder hat was zum Meckern. Das ist eine schöne Strecke. Schlecht, wenn's nicht so wäre. Ja, guck doch mal die Dämmerung an. Das ist ja so schön. Da sieht der Vex doch nix mit in den zu gepetzten Augen an. Nein, 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 nein. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt nur auf Vex. Wer trinkt sich jetzt nach außen? Wow, wie unfair. Wow, fuck. Habe ich hier weg? Du weckst ja. Ja, ich wurde das zweite Mal von nem Furen-Boomerang erwischt. Nein. Die Slot-Machine stoppt nicht. Ich will das nicht drin. Gib her jetzt. Oh, der Boomerang war ganz knapp. Du weckst, das ist sehr knapp, oder? Nein, nein. Was? Warum hab ich denn jetzt den Dings genommen? Da hat er wieder gefürztet. Ey, Kundan, hattest du nen Power in Speed, oder? Nein, nein. Ach, kacke. Dann hat sich das gelohnt. Wie kann deine Banane mich getroffen haben? Du warst bei mir so weit. Oh, ich hab aber fuck gemacht. Na klar. Ich bin letzter. Mann. Tschüss. Verdammte Versorgung. Oh, Kundan, du bist so... Du bist in meine Bananen halt reingefallen, Nils. Ja, aber ich hab dich nicht kommen sehen. Ich darf dich näher als du. Nico, geh weg, Mann. Halt die Klappe, Mann. Okay. Wollt mal frei, wenn ich abhau. Alter, der Weg fährt einfach mal rückwärts auf der Strecke. Du kannst am Anfang auch einfach würfeln, ey. Da musst du auch gar nicht spielen. Das hat grad echt nichts mit irgendwie Mario Kart. Oh, nee. Ah, die schönste Runde kannst du spielen. Ach, kacke. Bist du vorne, Nils? Ach so, ne Rote schmeißt du einfach nach hinten. Oder du fällst... Schade. Schade. Nein, nein. Krass. Das ist gut. Gar nichts gemacht. Ah, Dalo krieg ich. Na und? Ach so, schonmal vorher, Raffe. Ja, korrekt. Korrekt. Oh, das rückt ab. Ich hab eine Mauszeiger. Oh, es war teleportiert. Ich bin der erste, die blaue. Na, ich bin schon lange nicht mehr. Ich hab's verkackt. Ich hab's so krass verkackt gerade. Du bist gegen den Baum gefahren. Ja, ich weiß. Das musst du mir nicht sagen. Das hab ich gesehen. Hast du nach hinten geguckt? Ne, hab ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Das war schade. Und dann war's so komplett komisch abgedacht. Passt ja die hier noch. So kam mir gerade. So kam mir gerade. So kam mir gerade da. Du hattest ne rote als erster. Ich hab vierte. Ich hab vierte. Ich hab vierte. Dalo hat da einen Pilz am Ende noch. Ich kann nicht eins als eine sogar. Ich muss noch, ich muss noch darüber holen. Ne, Marcel nach vierten. Ne, Marcel nach vierten. Ne, zwei, zwanzig. Holy shit, die ganzen vierten, ey. Eins, zwei, drei, vier, acht. Eigentlich bin ich Sechster. Ne, Neunter. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wieder ein Like da. Mal schauen, was wir nächste Runde spielen. Schaut mal einfach, was das Thema tut. Tschau. Tschüss. Tschüss.